Guten Tag meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie nunmehr zu Hause ebenso eingestimmt sind auf das große Spiel, auf das Final dieses Fußballfestivals 1974 zwischen der Mannschaft der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, so wie hier die knapp 80.000 Zuschauer im Olympiastadion zu München. Die wichtigste Nachricht als Ergänzungsmeldung für Sie zu dem, was Sie in den Zeitungen gelesen haben. Die Aufstellung ist so geblieben, wie sie bereits gestern veröffentlicht wurde und auch heute Morgen in den Sonntagsblättern, sowohl bei der Mannschaft der Niederlande als auch bei der Elf der Bundesrepublik Deutschland. Die offizielle Anzeige an der großen Tafel lautet korrekt, Niederlande gegen Bundesrepublik Deutschland. Sieger der Gruppe A gegen Sieger der Gruppe B und ich nenne Ihnen auch zuerst die Mannschaftsausstellung der Niederlande. Ich darf noch einmal kurz unterbrechen, damit Sie die offizielle Zeremonie verfolgen können, wenn die Mannschaften nun einlaufen. Der neue FIFA World Cup, um den es ja im Grunde genommen zum ersten Mal geht, geht, nachdem der Coup Jules Remy endgültig in den Besitz der Brasilianer übergegangen ist. Neben dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Prinz Bernhard der Niederlande, der holländische Ministerpräsident, Bundeskanzler Helmut Schmidt, WM-Direktor Hermann Joch. Niederlande gegen Bundesrepublik Deutschland. Schiedsrichter der Begegnung ist Mr. John Taylor aus England. Als Linienrichter assistieren Senior Alfonso González Arcundilla aus Mexiko und Senior Ramon Barreto Ruiz aus Uruguay. Die Mannschaftsaufstellung Niederlande. Jungblut, Surbier, Kroll, Hahn, Jansen, Greisbergen, Neskens, Breb, Träuf, Van Ranecken, Rensenbrink. Als Auswechselspieler stehen zur Verfügung Schreifers, De Jong, Israel, Remy van de Gerhoff, Kaiser, Bundesrepublik Deutschland. Meier, Fuchs, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Bonhoff, Schönes, Grabowski, Overath, Münner, Kölzenbein. Auswechselspieler, Mietwur, Pötzkes, Kullmann, Flohe, Heinkes. Schönen Dank. Der Stadionssprecher hat mir einige Arbeit abgenommen. Ich darf aber trotzdem noch einmal wiederholen die Nummerierung. Jungblut mit der Nummer 8 im Tor. Surbier, rechter Verteidiger mit der Nummer 20. Libero Hahn mit der Nummer 2. Linker Verteidiger Kroll Nummer 12. Vorstopper, Reisbergen Nummer 17. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese Münze wird in 24 Ländern geprägt werden und der Erlös dient der Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt. Seine königliche Hoheit, Prinz Bernhard der Niederlande, überreicht nun dem Schiedsrichter, Mr. Taylor, in seiner Eigenschaft als Präsident der Stiftung World Wildlife Fund, diese Münze, mit der der Schiedsrichter die Platzwahl der beiden Finalisten vornehmen wird. So ist es und hoffentlich darf Mr. Taylor diese doch recht wertvolle Münze für sich als Souvenir behalten. Ich möchte nur wissen, wer sich für welche Seite entscheidet, denn die Münze zeigt auf der einen Seite das Wappentier Indonesiens, sowie auf der anderen Seite den japanischen Tiger, der nach Schätzungen der Fachleute nur noch in fünf bis zehn Exemplaren vorhanden ist. Johann Kreuz und Franz Beckenbauer bei der Seitenbahn. Und bevor das Spiel beginnt, möchte ich Ihnen doch noch die endgültige Nummerierung zur besseren Orientierung geben. Die Holländer, weiter im Mittelfeld, Van Hanachem Nummer drei, Neskens Nummer 13, Jansen Nummer sechs. Im Angriff rechtsaußen Repp Nummer 16, Cruyff, Mittelstürmer Nummer 14 und Rensenbrink Nummer 15, linksaußen. Die deutsche Formation ist Ihnen im Wesentlichen sicher bekannt. Ich wiederhole, im Tor Meier mit der Nummer eins, in der Abwehr Vogts Nummer zwei und Breitner Nummer drei. Dazwischen Franz Beckenbauer mit der Nummer fünf als Libero und davor Schwarzenbeck mit der Nummer vier als Vorstopper. Im Mittelfeld der junge Mönchengladbacher Bohnhof mit der Nummer 16, dazu Hönes Nummer 14 und Wolfgang Oberrath mit der Nummer 12. Im Angriff von rechts Grambowski mit der Nummer neun, Müller Nummer 13 und Hölzenbein Nummer 17. So sieht es auf dem Papier aus, aber die Taktik der beiden Trainer von Trinus Michels und Helmut Schön ist natürlich doch weithin unbekannt, wenn gleich darüber viel geschrieben und gesagt worden ist. Wir müssen erst einmal sehen, was und wie spielt Johann Cruyff bei den Niederländern. Danach wird sich richten, ob Berdy Vogts die Bewachung des Superstars aus Holland, der jetzt beim FC Barcelona spielt, übernimmt oder ob dies doch Bonhoff tut. Ein Kuriosum, bei der grandiosen Schlussfeier sind die Eckfahnen entfernt worden und vergessen worden aufzustellen. Die Platzordner haben jetzt ein bisschen Mühe, die vier Eckfahnen an allen Seiten wieder rechtzeitig anzubringen. Schiedsrichter Taylor aus Wolverhampton sieht dem Spiel gelassen zu. Die letzte wird jetzt drüben auf der Gegenseite eingepflanzt und nun könnte es eigentlich nach einer Verspätung von zwei Minuten losgehen. Die Holländer spielen an. Jetzt auch noch die Pfade an der Mittellinie, Beifall der fast 18.000, natürlich knisternde Spannung, das Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper und Hahn der Lieber und schon kommt Johann Cruyff. Tatsächlich steht bei ihm Berti Vogts, Reichsbergen, Kohl und Rensenbrink. Läufe gegen Vogts, Läufe am Ball und Freistoß oder Elfmeter. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden, Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Kornier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen, Kohlmeier. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1 zu 0, Torschütze nächstens. Harte, klarer Spannstoß. Es steht 1 zu 0 für die Holländer durch Neskens. Hals und Bein von Zürpia gefolgt. Weitner, Müller. Weitner. 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 Wieder Cruyff am Ball. Fuchs. Neskens, Cruyff. Und wieder Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Verwarnung für Berti Fuchs. Das wird natürlich seine Nerven nicht bessern. Die erste harte Attacke von ihm, knapp hinter der Strafraumgrenze, führte ja bereits zu einem Elfmeter. Und es war das dritte Foul gegen Cruyff. Die erste Harte Attacke von ihm, knapp hinter der Strafraumgrenze, führte ja bereits zu einem Elfmeter. Die erste Harte Attacke von ihm, knapp hinter der Strafraumgrenze, führte ja bereits zu einem Elfmeter. Schwarzenbeck, Beckenbauer. Oberrad. Freistoß. Foul von Neskens. Oberrad. Treuf. Fuchs. Hohenhoff. Erster Eckball. Foul von Neskens. Hoeneß. Wieder Käuf. Das war Schürbier, der rechte Verteidiger. Der sehr offensiv wirkt bei den Holländern im Allgemeinen. Nun ist also die Frage, wie sich die deutsche Mannschaft von diesem unerwartet großen Schock erholt. Hoeneß, Van Hanehem geht mit ihm und Hahn der Libero. Neskens, Bonhoff, Semberwacher, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Fuchs, Müller, Breitner, wieder Kreuf gegen Fuchs, Rensenbrink, Regelwidrigkeit von Van Hanehem, Müller, ganz scharf gedeckt durch Breisbergen, Oberrat, Breitner. Solche ein frühes Gegentor kann natürlich auch als Stimulanz wirken. Gabowski. Da kommt Kreuf und will sogar einwerfen. Er treibt sich also überall herum. Er spielt nicht absolut vorn in der Spitze, sondern genauso im Mittelfeld oder in der eigenen Abwehr. Aber das machen die Deutschen richtig. In der eigenen, in der holländischen Hälfte wird Kreuf nicht markiert, sondern nur abgeschirrt. Neskens. Und erst, wenn er vorsteht, über das Mittelfeld übernimmt ihn Berti Fuchs. Hoffentlich dann in Zukunft mit besserem Erfolg als in den ersten Minuten. Beckenbauer. Hahn und Eisbergen. Beckenbauer. Schuss! 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 Hahn der Libero. Ich kann achen! Hahn der Libero! da ist der einsatz von gerd müller zu loben der die spielereien der holländer versuchte zu unterbinden aber sicher versucht man damit die deutsche abwehr aus der defensive zu locken peckenbauer und schwarzenbeck der klar rechter verteidiger spiel gegen den links außenrenzen brengt krabowski hohnes krabowski hohnes krabowski hohnes Untertitelung. BR 2018 Schwarzenbeck Glück gehabt. Gegen Van Haan den Lieberow. Reitner. 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 Endirekter Freistoß. Beckenbauer Hoeneß Jarbowski Die holländische Abwehr steht zusammen mit dem Mittelfeld sehr gut gestaffelt vor dem eigenen Strafraum mit ganz enger Beschattung der deutschen Angreifer. Es ist schwer für Beckenbauer, die Bälle nach vorne zu schlagen. Das mit dem Flügelspiel klappt noch nicht in der deutschen Elf. Der gefährlichste Flügelstürmer war bis jetzt Paul Breitner, der linke Verteidiger. Da ist er wieder im Bild. Fuchs. Drei Angreifer gegen fünf Abwehrspieler. Renz und Brink gegen Schwarzenbeck. Jarbowski. Hoeneß. Und Torabstoß. Das ist Janssen. Reisbergen. Neskens und Cruyff. Hahn. Müller. Hoeneß. Schwarzenbeck. Und Breitner. Indirekter Freistoß für die holländische Mannschaft. Hahn, der Libero, jetzt wieder am Ball gewesen, ist außerordentlich offensiv. So, das ist besser als greifen. Amen. Halt! 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 Halle Maus, Schwarzenbeck, Fuchs, Müller, Freistoß wegen eines Fouls von Reichsbergen. Beckenbauer, der Freistoß wird wiederholt, weil die Abwehr der Holländer noch nicht 9,15 m vom Ballstand bei der Ausführung. Wohnhof, Beckball, Wohnhof und die Stärke von Jungblut. Die einhändige Faustabwehr. Beckenbauer. Das Spiel ist unterbrochen. Und wird mit einem Freistoß für die deutsche Mannschaft fortgesetzt. Müller. Das Spiel ist unterbrochen. Schuss! Arschloch! hohness oberhard müller freistoß gegen müller schiedsrichter taylor zeigt an wie er das faul gesehen hat da wird jetzt aber müller zu boden gestoßen und zwar von von hannchen der schiedsrichter geht hinaus da sehen sie es vielleicht in der wiederholung der schiedsrichter geht hinaus zu seinem linienrichter so der mexikaner achundia hier die szene klar zu sehen hinter dem rücken von taylor wenn hollen diesen spieler gelb für von hannchen immer noch herrscht große nervosität auf beiden seiten und vielleicht können natürlich die deutschen spieler durch den elfmeterschock ihre linie ihr spiel im augenblick nicht finden ich hoffe dass wir die situation in der halbzeit noch einmal zeigen können um festzustellen ob es im straffraum war wie weit es im straffraum war und ob es gewesen ist oder gar höhneß der den holländer vom ball gedrängt hat unfair vom ball gedrängt hat zürbier gegen hölzenbein jansen reitner ist mitgegangen die szene noch einmal hölzenbein eis bergen schauen sie hin meine damen und herren breitner die nerven hat diese aufgabe zu übernehmen beim stande von 0 zu 1 in der 24 minuten müssen wir das auch können niederlande bundes deutschland 1 zu 1 vorschütze breitner 1 1 2 2 2 2 5 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 5 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 6 6 6 7 8 Vielen Dank. Trepp. Jansen. Freistoß. Müller. Fuchs. Hölzenbein. Wieder Fuchs. Fuchs. große Sache von Berdy Fuchs, aber ebenso auch von Jungblut, dem holländischen Torhüter, der den Winkel ganz großartig verkürzt hat. Oberrad. Grabovski. Wo Gerd Müller ist, sind natürlich meistens gleich zwei Gegenspieler. Heisbergen. Starker Mann in der niederländischen Abwehr, der Vorstopper von Feyenoord. Zürbier. Weisbergen wieder am Ball. Er macht heute erst sein achtes Länderspiel. Hatte in der vergangenen Saison Mühe manchmal in die erste Mannschaft von Feyenoord zu kommen. Mit einer der stärksten Abwehrspieler, der Holländer, Cruyff. Nicht gefault. Höneß. Von Hölzenbein eingesetzt. Müller. Reitner. Weiter Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Grabovski. Grabovski. Hölzenbein. GER GER Das war's. 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 Nein, kein Abseits. Der Linienrichter hat es angezeigt. Schiedsrichter Taylor war anderer Meinung. Hälschenbein. Ja, das ist voll. Von Neskens. Es wird wieder eine Karte geben. Verwarnung für Neskens. Grabowski. Wohnhof. Abseits. Die Abseitsfalle, die oft besprochene der Holländer hat funktioniert. Noch fünf Minuten bis zur Halbzeitpause. Müller. Hänes. Beiden wechseln sich wieder ab als vorderste Spitze. Reisbergen. Hahn. Vorteil. Van Hadegem. Geil. 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 Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1 zu 2, Torschütze Müller. Tore, die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht. Weil er die kürzesten Reflexe hat. Selbst wenn der Ball beim ersten Mal vom Fuß springt, er setzt sofort nach. Das war die 44. Minute. Bruno. Ja, da gibt es noch keine Diskussionen über diese Aktion von Franz Beckenbauer. Das ist der Estate, der in diesem Turnier auch noch das Kämpfen gelernt hat. Das war die Machen. Das war die Machen. Berlin hat eine Bedeutung. Ja, da gibt es noch nie. Stimmt, das war die Machen. Ja, da gibt es noch nie. Gut. Hallo. Scheiße, das war die Machen. Halbzeit. Halbzeit. Halbzeit im Finale um die Fußball-Weltmeisterschaft 1974. 2 zu 1 für die deutsche Mannschaft. Und Sie werden mit mir übereinstimmen, dass es ein bisschen nervös, hektisch begonnen hat. Insbesondere auf Seiten der deutschen Mannschaft dieses Finale. Dass sich aber die deutschen Spieler unwahrscheinlich gesteigert haben. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, erhält jetzt noch Johann Cruyff die gelbe Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung. Jawohl! Er diskutiert immer noch. Sie wissen, dass das selbstverständlich alles korrekt ist. Cruyff hat sich in Diskussionen, sicher auch des Englischen mächtig, mit Taylor eingelassen. Und vom Schlussgriff an bis an die Seitenlinie. Und die Verwarnung kann ausgesprochen werden. Ja, es könnte sogar ein Platzverweis in der Halbzeit, in der Pause, in der Kabine erfolgen. Aber hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Ich kann die Nervosität verstehen auf beiden Seiten. Schiedsrichter Taylor hat seine Regelauslegung, die vielleicht nicht jedem zusagt. Aber er hat keine der Parteien meines Erachtens benachteiligt. Hat etwas kleinlich gepfiffen. Trotzdem sehr, sehr korrekt. So, und jetzt wollen wir uns noch einmal die beiden ersten Tore zumindest ansehen. Das Foul im deutschen Strafraum, wie das zugegangen ist. Ich würde sagen, bevor wir uns allen eine Pause gönnen, spielen wir das ab. Jawohl, da kommt die Aufzeichnung. Hoeneß war es, nicht Berdy Vogts. Noch einmal aus der anderen Position. Jawohl, klar zu sehen, im Strafraum. Und die Regelwidrigkeit ist auch klar. Also elf Meter. Neskens, keine Chance für Seppmayer. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1 zu 0. Hat sich zwar nach der anderen Seite bewegt, aber selbst wenn er stehen geblieben wäre. Der Ball war so scharf angesetzt, dass er ihn nicht gehalten hätte. Jetzt die andere Situation. Hölzenbein. Vorbei am Sürbär und wird gefoult von Janssen. Janssen hat das Bein noch einmal hochgehoben. Hier sehen wir es wahrscheinlich deutlicher. Heißbergen, da kommt Janssen. Vorbei. Und mit dem anderen Bein zieht er nach. Taylor nicht weit entfernt, haben Sie ihn oben gesehen. Knapp außerhalb des Strafraumes. Und Breitner. Da ist auch nicht viel gegen zu sagen. Gegen diesen Elfmeter. Und jetzt wieder auch noch das 2 zu 1. Bohnhof. Klug der Rückpass. Und 2 zu 1, Dolch Müller. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland, 1 zu 2. Torschütze Müller. Janssen. Niederlande, Bundesrepublik Deutschland. Wie erwartet hat es bei der deutschen Mannschaft keine Auswechslung gegeben, aber bei den Holländern spielt mit der Nummer 10 Van de Kerkhoff, René Van de Kerkhoff. Wir werden auch gleich sehen, wer aus dem Spiel genommen worden ist. Nochmal zusammenfassend sagen darf, die deutsche Mannschaft hat nervös und hektisch begonnen, fand aber dann ihr Spiel und es wurde gegen Ende der ersten Halbzeit sogar ein grandioses Spiel von der deutschen Elf, aber die Holländer sind der erwartet starke Gegner in diesem Final, der ungeheuer selbstbewusst auftrat und auch ebenso aufspielte und begann. Allerdings zum ersten Mal liegen die Niederländer in diesem Turnier mit einem Tor im Rückstand. Rendsenbrink, der links außen ist nicht mehr dabei, während Schiedsrichter Taylor jetzt das Zeichen zum Beginn der zweiten Halbzeit gegeben hat, hat mit der Nummer 10 Van de Kerkhoff die Position von Rendsenbrink im Team der Niederländer eingenommen. Unglaublich die Steigerung der Mannschaft und auch der einzelnen Spieler, denken Sie zum Beispiel an Berti Vogts, der erste Schwierigkeiten hatte mit Kreufs, die gelbe Karte bekam, aber das alles überwand und großartig sowohl in der Defensive als auch in der Offensive kämpfte. Dann Jürgen Grabowski, der heute 30 Jahre alt wird am rechten Flügel, ungeheuer selbstsicher aufspielt. Außerdem scheint Hoeneß seine alte Stärke wiedergefunden zu haben, setzt sich jetzt gegen drei Spieler durch, der Frankfurter Grabowski, aber die Holländer jetzt im Gegenstoß. Kerkhoff eben von der Stadionansage genannt, hier mitten im Bild konnte diesen Ball natürlich nicht mehr erreichen, der viel zu weit geschlagen war. Da gibt es also nichts auszusetzen an der deutschen Elf, nichts zu kritisieren, sondern man kann von jedem Einzelnen und von der gesamten Elf nur mit Achtung bis jetzt sprechen. Wolfgang Oberath. Das, ich beklage nicht so sehr das Foul, als das verlorengegangene Zusammenspiel zwischen Hölzenbein und Oberath. Hölzenbein hatte schon zum Doppelpass angesetzt, als Oberath dort drüben gefoult wurde. Und zwar von Zürbier, dem rechten Verteidiger. Beckenbauer. Beckenbauer nützt seine Möglichkeiten und seine Chancen als Libero in der Mitte durchzustoßen. Wenn sie nicht mitgezählt haben, darf ich einmal sagen, dass das der achte Eckball ist für die deutsche Mannschaft. Die Holländer haben keinen bisher erzielt. Ein schulmäßiger Kopfstoß des jungen Bonhoff. Steigt wie eine Kerze hoch, nickt den Ball nach unten. Da werden Sie es gleich nochmal sehen. Klappt zusammen wie ein Taschenmesser. Aber was hilft das alles, wenn der Ball um 50 Zentimeter vorbeigeht? Heißbergen. Heißbergen. Keuf. Jetzt wird Vogts kommen. Da, ja. Neskens. Hahn. Wieder Neskens. Naja, dafür kann er nichts verlangen. Das ist also unmöglich. Weder einen Strafstoß noch einen indirekten Fallstoß kann es für Söld was geben. Gefährliches Spiel oder Vorteil. Schiedsrichter Taylor lässt dem Spiel jetzt mehr Lauf als in den ersten zehn Minuten, wo er offenbar Sorge hatte, die Sache in den Griff zu bekommen. Er hat einen sehr eleganten linken Spannstoß, der Mann aus Wohlwerken. Keuf. Heißbergen. Hoeneß. Jansen. Schöbjerg. 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 Von der Kalkow. da sehen wir es gleich noch mal in der tat geht mit gestreckten beinen vor fühlen sich aber offenbar keiner schuld bewusst meyer ist wohl auf da ist da der erste die tat von breitner möchte ich noch mal sehen aber das ja wir schaffen es bevor der eckball ausgeführt und klar den ball vor der linie abgefangen überrat müller die holländischen abwehrspieler nehmen immer zuerst ein bisschen den mann und dann den ball beckenbauer hoeneß und kohl kreuz gegen oberrad klar das faul von oberrad das sah gefährlich aus das konnte auch gefährlich werden für den holländischen spieler der sich von hinten in den schlag von beckenbauer war der noch am boden kniet aber es war auch eine gefährliche situation jetzt und das nun zum zweiten mal innerhalb von zwei minuten die deutsche elf doch wieder glück gehabt schwarzenbeck hat noch gar nicht mitbekommen dass beckenbauer etwas angeschlagen ist sonst hätte ihm diesen ball gar nicht zurück spielen dürfen mittlere konfusion in der deutschen abwehr der ball war vorher im flug im aus holländischen angriffsspieler verstehen sich ausgezeichnet sie warten auf die pässe aus der tiefe von treuf und von neskens halb hoch geschlagen starten rechtzeitig und damit wird die deutsche abwehr im augenblick nicht gut fertig außerdem attackieren sie früher wenn die deutsche mannschaft angreift versucht man möglichst schon im mittelfeld diese angriffe zu stören und zu unterbinden wohnhof wohnhof die fotografen sind hin und her gerissen versammeln sich jetzt alle wieder hinter dem tor der niederländer grabowski Ja? Das war zweimal die Situation, von der ich soeben sprach. Weite hohe Vorlagen, erst auf den Flügel und dann wird der Ball geflankt, meistens an den kurzen Torpfosten und dort startet ein weiterer Angreifer aus der zweiten Reihe hinein. Fuchs, Grabowski, noch einmal Fuchs, Overrath, wieder Fuchs, Overrath, Hölzenbein, gefoult, gefoult! Abseits, Abseits, Abseits. Aber Jürgen Grabowski ist in einer unglaublichen Spiellaune, hat jegliche Nervosität abgeschüttelt. Janssen. Jürgen Grabowski 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 Bönis 1, 2 Schläge, dann diagonal über das Feld und schon sind die Niederländer an unserem Strafraum. Jansen Repp Ja Freunde, du musst ein bisschen genauer markieren und decken da hinten in der Abwehr. Und immer wieder Pfiffe für Kreuz Weidner Hans Zürbjerg Hans Zürbjerg Hans Zürbjerg Hans Zürbjerg Hans Zürbjerg Hans Zürbjerg Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wolfgang Overath wird da an der Linie behandelt. Ja, keine Sorge, der kommt auch wieder. Aber er hat offenbar eine Prellung. Er ist schon wieder im Spiel. Ja, keine Sorge! Ja, keine Sorge! Ja, keine Sorge! Bonhoeff! Ja! 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 Müller, elegant an Reisbergen vorbei. Aber da ist natürlich auch noch Hahn. Reisbergen kann offenbar nicht mehr es verletzen. Aber er macht weiter. Zumindest vorerst. Die Holländer haben ihre Taktik geändert. Treuf schleppt nicht mehr so viele Bälle, wenn gleich er jetzt hier am Mittelkreis zu sehen ist. Aber er spielt sehr häufig Spitze, zusammen mit Neskens. Repp war das. Reitner. 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 Jawohl, Reisbergen wird ausgewechselt gegen De Jong. Die niederländische Nationalmannschaft tauscht aus. Für Reisbergen spielt De Jong mit der Nummer 7. Abseits. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Das hätte gefährlich werden können. Denn nach innen war schon Van Hanem gestartet, wenn diese Flanke gekommen wäre. Ich kann das verstehen. Die Nervosität auf der Deutschen Bank. Eben haben alle Reservespieler, Trainer und Betreuer gewinkt. Mehr nach vorn, mehr ins Mittelfeld verlagern. Denn die Angriffe der Holländer werden effektiv zu spät gestoppt. Meistens erst an unseren Strafraum. De Jong zum ersten Mal am Ball. Von Hanem. Van der Kerckhoff. Bonhoff wieder weiter. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Keufe dirigiert alles nach vorn. Jung. Zürbier. Kohl. Van de Kerkhoff. Oh. Oh, da muss man sich aber bei Meier bedanken. Oh, da muss man sich aber bei Meier bedanken. Der Jung. Ganz gefährlich, diese hohen Bälle, weil jeder einzelne holländische Spieler unwahrscheinlich kopfballstark ist. Vorteil. Jawohl. Das wäre die Chance des Uli Hoeneß. Wie in den Europapokalspielen. Kein Foul. Korrekt vom Ball gedrängt. Großartige Konterattacke. Aber leider nur eine. Schwarzenbeck, Müller, Krabowski. Alles klug und überlegt, was er macht. Großartige Konterattacke. Großartige Konterattacke. Großartige Konterattacke. Großartige Konterattacke. Vielen Dank. Kreuf-Beckenbauer. Handspiel von Müller. Nur an Beckenbauer kann sich die Mannschaft im Augenblick wieder aufrichten. Aber vielleicht wird er aus reiner Nervosität auch von allen zu viel gesucht und zu oft angespielt. Zürbier. Tor. Ein. Da sagt Meier. Frei steht er vor mir. Wieder von rechts außen an den kurzen Torpfosten gespielt die Vorlage. Oh, red war es, der diesen Ball aus fünf Metern verschoss. Das Publikum tut sein Bestes. Hoeneß. Gerd Müller gegen Janssen. Grabowski. Ah, Bonhoff. Verfolg von der Kerkhof. Freistoß. Da kann man aber wirklich geteilter Meinung sein. Freistoß gegen die Deutsche Elf. Beckenbauer, Schwarzenbeck, Berdy Fuchs. Oh. Wieder Kreuz. Und euer Anstritt schnell. Und euer Anstritt schnell. Aber. Hölzenbein zurückgegriffen. Auf Wiedersehen. Die Lieder. Vielen Dank. Hey. Vande-Kerkhoff. Eckball. Kein Zweifel. Reuf. Macht alles. Wirft ein. Wird Eckbälle. Schlägt Flanken. Stürmt. Baut auf. Ja. Kopfball. Kopfballabwehr eines Torhüters in einem WM-Finale. Aber richtig gemacht von Jungblut. Kopfballabwehr eines Torhüters. Da ist eine Nervosität drin auf beiden Seiten. Nachdem das Spiel eine halbe Stunde so großartig lief. Natürlich war es ein Foul und ein gefährliches Spiel, aber der Ball ist immer kürzer geworden, ist nicht auf Meier zugeflogen, er musste ihm entgegen. Natürlich war wieder Keuf am nächsten dran. Müller, Hoeneß, das klappt nicht ganz, weil dieser Jungblut ja Weltmeister im Herauslaufen ist. Abseits. Noch sieben Minuten. Bis zum Ende der regulären Spielzeit. So. So. unsere mittelfeldspieler sind einfach überlastet werden überrollt können das spiel nicht mehr auffangen und können es nicht mehr drehen und in den angriff führen gleiche situation neskens hat sich aufgestützt freistoß entscheidung nicht mehr Hals und Bein. Ja, aber, aber, Mr. Taylor, da muss man halt auch den Mut haben, noch einmal zu pfeifen. Das muss ich sagen, auch wenn sich das als subjektive Einstellung anhört. Neskens. Breitner am Boden. Oh. 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 Applaus In der Hälfte der Holländer, fast am Strafraum, liegt Bonhoff. Da sehen Sie es, ja? Spiel ist deshalb erneut unterbrochen. Noch drei Minuten, aber ich bin sicher, dass Schiedsrichter Taylor nachspielen lassen wird. Das ist fast schulmäßig, was die Holländer machen. Die Flanke von hinten in die halbrechte Position. Und immer weiß Treuf, dass der Ball da hinkommen wird und startet da hinein. Ein Zitterspiel in der zweiten Halbzeit für die deutsche Mannschaft. Nach innen, jetzt geht doch nach innen, Junge. Entschuldigung, jetzt. Ja, entschuldigen Sie, dass ich einmal so persönlich geworden bin. Normalerweise läuft die letzte Minute im WM-Finale 1974 zwischen der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande. Abseits. Schwarzenbeck. Breitner. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Normale Spielzeit ist vorbei. Fotografen schalen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974. Oh, hat das Kraft gekostet. Meine Damen und Herren, besser geht sie nicht auf das Spielfeld. Ein Sieg, der erkämpft, erarbeitet, erzittert werden mussten gegen eine hervorragende Mannschaft der Niederlande, die gezeigt hat, dass sie mit Recht im Finale stand, ein würdiger Endspielgegner war, ein großer Gegner. So, und jetzt, meine Herren, können Sie langsam die Sachen entkorken, die besseren Sachen. Und Sie, meine Damen, können mit trinken. Und die nächsten Minuten gehören unserer Bildregie, gehören Kurt Meinecke und seinen sieben Kameras. Ich lasse Sie allein mit diesen Bildern, ehe wir ein Fazit ziehen. Wir haben Zeit, wir haben ausreichend Zeit. Wir haben Zeit, wir haben ausreichend Zeit, wir haben ausreichend Zeit, wir haben ausreichend Zeit, wir sind aufgefährd ausreichend Zeit, wir sind der richness, wir haben ausreichend Zeit, wir deficient�� Zettым, gegen Drei, ausreichend Zeit. Zwischenberg, überf Cream, wie wir das anfangen haben. Und die keine, die eine neue�damung haben vom Feld sich pan tanks, wieder schnell ab. Und bei mir sprechen. Der Meier sich verteilt dort drüben alles. Die Handschuhe. Einzel. Schützrichter Taylor. Es war ein schweres Spiel für ihn. Gelagen von Hektik und Nervosität. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass nun wieder Gerd Müller das entscheidende Tor geschossen hat. Und etwas für die Statistiker, das Sie ab morgen oft lesen werden. Es war das hundertste Tor, das eine deutsche Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften insgesamt geschossen hat. Das hundertste Tor war das entscheidende. 2 zu 1. Ein Kompliment an beide Mannschaften. Weltmeisterschaftsendspiele können nicht besser sein, weil zu viel auf dem Spiel steht. Ein Kompliment an die Holländer, an die Niederländer vorweg, die eine hervorragende Mannschaft besitzen. Durchsetzt von Einzelkönnern können. Aber unser Respekt und unser Beifall für die eigene Mannschaft, die sich in einer schweren zweiten Halbzeit doch nochmal gefangen und aufgerichtet hat. Allein an Franz Beckenbauer. Vielleicht doch an den besten Fußballspieler, den die Bundesrepublik Deutschland je besessen hat. Da stehen Sie, Berdy Vogts. Rechts im Bild, Jürgen Grabowski. Beide haben ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Dahinter Bonhoff, der 22-Jährige. Wolfgang Oberath, mit dessen Comeback nicht mehr zu rechnen war. Herzlichen Glückwunsch an ihn, an den Kölnern. So, meine Damen und Herren. Sir Stanley Raus wird den neuen FIFA World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheele, übergeben. Und der Bundespräsident wird, nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt, den Bundeskanzler Helmut Schmidt, den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben. Der neue Pokal bleibt für vier Jahre. Beim deutschen Fußballbund, im Tresor. Der neue Pokal, eine Schöpfung des Italieners Silvio Gazzaniga. Helmut Schön, im 101. Spiel, dem er eine deutsche Nationalmannschaft betreute, endlich am Ziel. Herzlichen Glückwunsch, Helmut Schön. Das war nicht einfach. Das war ein Turnier mit Hagen und Östen. Und es hat sich gezeigt, wie schwer es war, für diese Mannschaft Favorit zu sein. Da gab es Licht und Schatten. Aber, kein Zweifel, die beiden besten Mannschaften des Turniers haben dieses Finale bestritten. Und die deutsche Mannschaft hat den Titel nicht unverdient gewonnen. Die Reserverspieler, Nick Buhr, Kremers, Flohe. Den kennen Sie, Uli Hoeneß. Die Weltmeisterschaft 1974 in der Bundesrepublik Deutschland ist vorbei. Gratulation an Keuf, an Hahn, Gratulation an die niederländische Mannschaft, die nur vor dem Turnier bei den Fachleuten, bei den Experten als Favorit, als Mitfavorit galt. Das zweite große Sportfestival innerhalb von zwei Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ist vorbei. Und diesmal, Gott sei Dank, ohne politische Zwischenfälle. Es war herrlich, 15 Mannschaften bei uns zu Gast zu haben. Und südamerikanischen Fußball zu studieren, europäischen aus Ost und Rechts zu vergleichen. Kapitale Vollficke. Und festzustellen, wie faszinierend Fußball in allen Variationen sein kann. Natürlich ist das Glück vollkommen, wenn die eigene Mannschaft, die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland, dann auch noch den Titel gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Nicht nur an alle 11, an alle 14, die überhaupt in diesem Turnier eingesetzt waren, sondern an alle 22 Spieler, an alle 18 vielmehr, die in diesem Turnier eingesetzt waren, an alle 22 Spieler, auch an jene vier, die nicht zum Einsatz kommen konnten. Und einen herzlichen Glückwunsch an Helmut Schön, an Jupp Dermal, an Wiedemeyer, an Heddergott und an alle, die sie mitgeholfen haben, diesen Erfolg zu erringen. Auf Wiedersehen, Rohrwag und bei Adios, in vier Jahren in Argentinien. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.